Wir wollen, dass Sie das Paris Agreement und das IPCC-Report folgen. Wir haben keine anderen Manifestungen oder Demand. Wir sind unternommen hinter der Wissenschaft. Das ist unsere Demand. Tausende Schülerinnen und Schüler rufen zum internationalen Großstreik in Aachen auf. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Zahl der Fridays for Future Demonstrantinnen auf 21.600. Weitere Informationen. Wir sind blau, weil wir uns die Zukunft glaubt.